Ihr wollt nicht nur eine geile Smart Pistol, sondern auch ein geiles Smart Maschinen Pistolengewehr, ein Prototyp Shingen Mark V. Ich zeige euch wie ihr die bekommen könnt, aber vorher zeige ich euch was diese geile Maschine drauf hat. Schaut es euch an. Und damit ballert ihr und verbrennt hier alle Gegner. So, ich bin noch nicht mal irgendetwas in Smart Link geskillt und wie ihr gesehen habt, habe ich innerhalb kürzester Zeit alle ausgerottet. Wenn ihr diese Kanarre auch oder diese Maschinenpistole auch haben wollt, bleibt dran. Ich zeige euch jetzt wie ihr sie bekommt. So und jetzt zeige ich euch wo ihr die Waffe finden könnt. Und zwar wir sind hier in Santo Domingo rein und sind dann hier am Schnellreisepunkt Arasaka Industrie Park. So und jetzt zeige ich euch wie ihr und wo ihr die Waffe bekommen könnt. Ihr geht dafür einfach hier rein. Also ich mache das jetzt einfach so, dass ich da rein stürme. Dann laufe ich komplett hier nach hinten hin. Schnetze mich hier ein wenig durch. Dann kann ich jetzt hier, müsst ihr auf jeden Fall diese Mine, müsst ihr entschärfen. Wenn ihr einfach drauf schießt. Nachdem ihr dann reingeht, findet ihr hier links die Prototyp Schingen Mark V. Die nehmt ihr an euch. Und das wär's auch schon. So, nachdem ihr die Waffe habt, geht ihr zu einem Ripperdoc des Vertrauens. Holt euch bei den Händen natürlich wieder mal den Smart Link oder den, wo ihr gratis bekommt. Den Tattoo Tiger Claws Hauptimplantat von Wakako. Nachdem ihr das ausgerüstet habt, seid ihr schon ready to go. Danach könnt ihr euch die Waffe ausrüsten. Und direkt losballern. Und direkt losballern.